Das Starline besticht durch die interessant angeordneten Formen und Ebenen. Zwei Erker im Seiten- und Eingangsbereich lockern das äußere Erscheinungsbild auf. Der Eingangsbereich befindet sich auf einem Zwischenpodest. Von dort gehen Sie eine Ebene runter in den großzügigen Wohn- und Essbereich, der zusammen mit der offenen Küche fast die gesamte Fläche einnimmt. Bodentiefe, zweiteilige Fenster und Terrassentüren sorgen für helles, strahlendes Licht und öffnen den Blick in den Garten. Das Dachgeschoss ist geprägt durch bodentiefe Fenster und Lichteraumhöhen bis in die Dachspitze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017